Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich muss es kurz halten, weil ich es unbedingt raushauen will, weil ihr schon seit 5 Tagen wartet auf ein neues Video und ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall möchte ich heute reden, dass Deutschland, äh nein, Gottes Willen, Deutschland ist Weltmeister, das wissen wir schon. Vierter Stern ist uns sicher, aber ich will mal ein bisschen reden über YouTube und mit dem Geld verdienen. Wenn du Geld verdienen willst auf YouTube, gehst du am besten auf AdSense, AdSense, äh, www, alles wird erklärt. Wenn du am besten aufschreiben, dann kriegst, musst du deine Bankverbindung da angeben, brauchst einen YouTube-Kanal und dann kannst du diese Videos monetarisieren, das heißt Werbung schalten. Gehst auf Videomanager und Videomanager, weiß schon Bescheid. Jetzt die Frage, lohnt sich das überhaupt für kleine YouTuber, Geld zu verdienen mit YouTube? Ich sage ganz klar, äh, ja, jein. Ich meine, es sind wirklich Cent-Beträge, die man da verdient, äh, und, äh, naja, wie viel man da verdient, das kann man natürlich nicht sagen. Das ist natürlich so, dass man nicht über die Einkünfte reden darf. Auf jeden Fall lohnt sich es ganz ehrlich nicht. Äh, warum ich, äh, AdSense gemacht habe, weil, weil mir ein YouTuber namens Denosch das empfohlen hat, äh, komm, YouTube Gamescore, mach doch mal AdSense, äh, und, äh, ja. Ja, ich sehe das eigentlich nur, äh, dafür, um meine laufenden Stromkosten irgendwie reinzukriegen. Mehr ist das nicht. Das lohnt sich für mich gar nicht, ne? Ne? Also, das lohnt sich vielleicht für Leute wie diese hier. Guck mal. Der hier oder der hier oder der hier oder der hier. Weil der hier, wenn der ein Video hochlädt, dann hat er pro Video diese Zahl hier, 378.000 Klicks, schafft ein großer YouTuber mit Links, mit Links pro Video. Ich habe zwei Jahre gedauert, äh, gebraucht. Ich kenne auch YouTuber, die brauchen, äh, die haben 10.000 Klicks nach zwei Jahren. Das ist immer unterschiedlich, ne? Äh, naja, aber egal. Ich sage euch ganz klar, äh, es lohnt sich wirklich nicht. Es ist auf jeden Fall effektiver, wenn ihr rausgeht, draußen regnet es ein bisschen, und Pfandflaschen sammeln tut. Weil pro Red Bull-Dose gibt es 25 Cent. Das ist auf jeden Fall lohnenswerter. Oder sucht euch einen Ferienjob. Das ist auf jeden Fall geiler, als, äh, äh, jetzt hier mit, äh, AdSense durchzustarten und hier euren Lebensunterhalt zu verdienen. Weil das geht so nicht. Weil da braucht ihr Millionen Klicks, um euren Lebensunterhalt zu verdienen. Da braucht ihr eure, äh, ja, zwei, drei Millionen Klicks. Und dann könnt ihr euren Lebensunterhalt, ja, bestreiten damit. Aber vorher geht gar nichts, okay? Wollt ihr euch nur mal so sagen. Also, es ist gar nicht mal so leicht. Jo, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.